Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir wollen uns hier unser Büro einrichten und das machen wir jetzt auch mal an das da wir brauchen als erstes eine Heizung so natürlich die Anschlüsse dass es auch läuft so Heizung ist drinne ein Schreibtisch Möbel Schreibtisch hier hier haben ein Eck Schreibtisch da haben ein Eck Schreibtisch da haben ein Eck Schreibtisch haben wir hier auch meinten ich besitze nein schade wir nehmen uns den da würde ich sagen ja das sieht eigentlich recht nice aus und der kommt den kann man doch nicht der ist zu groß aber wir hatten doch irgendwo so richtig krasses pc zeug hier haben wir hier auch ein Schreibtisch dabei ne schade dann müssen wir das doch hier machen ich weiß nicht ob ihr das hört aber hier draußen ist hier laufen in letzter zeit sehr viele kitties rum die Musik anhaben an so einer elendigen verkackten lauten box mein sohn hat auch so eine box ich hasse das weil die das so laut machen ich krieg da das kotzen aber gut das ist eine andere geschichte vielleicht erzähle ich das irgendwann mal im vlog oder so mal schauen Schrank wir brauchen einen Schrank hier drinne und zwar einen modernen wenn es geht ja was ist modern und vor allem ich brauche dunkles holz Schrank mit Schubladen Ne dann nehmen wir das holz ja das passt wenigstens auch Ja sieht nice aus können wir so lassen hier hinten müssen jetzt regale hin auf jeden fall erst einmal Möbel Betten Schreibtisch Sofa Tisch Sessel Ok Jetzt wird im Hausflur laut gemacht man was ist denn heute los ja Meine Güte Meine Güte nur Probleme So was will ich haben Ne dann nehmen wir das holz Drehst du dich bitte mal Jetzt muss mal gucken wo ist vorne wo ist hinten ist eigentlich gut wie gesprungen So ein bisschen Platz lassen für die Steckdose So und das gleiche nochmal So Sieht auf jeden fall schon mal nice aus was wir noch machen wollten Den Dreck loswerden Die kann bleiben Die kommt weg Die kann bleiben Die kommt weg Und die bleibt So jetzt gönnen wir uns ein PC Das steht fest Ähm Star Gedenk Warum Gedenk Gedenk Und hier Panoramamonitor mit Hintergrundbeleuchtung Hehehehe 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 So So Der muss sein Der sieht nice aus Ähm Oder machen wir drei von denen Ne der eine reicht aus der reicht vollkommen aus Ähm Tastatur Oh Fast wie meine So Jetzt noch eine Maus dazu Bunt bitte Ähm 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 Mauspad brauchen wir keins Warum auch Gaming PC Ne So gefällt er mir Kannst du nicht dahinter in die Ecke Du ist ja Kacke Okay Toll ich dachte ich Boah toll Ich dachte ich könnt ihr zocken oder so Egal Was brauchen wir noch Ein Mikro So Ohne Mikro geht gar nix Ähm Kopfhörer brauchen wir auch noch Habe ich nämlich auch So Und Ähm Äh Teitel Ein Xbox Controller Sieht so Doch Das könnte ein Xbox Controller sein So Heheheii Das gefällt mir Sogar richtig gut Wenn ich jetzt hier noch einen hinstelle Wie sieht denn das aus? dann aus ich müsste den eigentlich dann so schräg hinstellen ist da was da ist ja kann ja wir nehmen noch mal alles weg wir richten uns das jetzt mit zwei großen monitor ein so du gehst jetzt dahinter die ecke da gehörst du hin so jetzt der tisch genau einmal so leicht angewinkelt genau und einmal der richtig schön angewinkelt so ähnlich sieht es auch bei mir aus in der wo ja hier am schreibtisch so controller kommt dahin mikro kommt in die mitte so kopfhörer da oh das sieht nice aus oh ja ihr könnt sagen was ihr wollt aber das gefällt mir so stuhl natürlich was ist hey ich muss ich muss das ausschalten dass man das nicht mehr sieht so das sieht mal richtig schnieke aus und jetzt wird das problem sein dass ich kein geld mehr habe äh ne wir haben ja die kopfhörer dazu äh ja das sieht auf jeden fall richtig richtig nice aus äh türen und fenster äh äh machen nee das gefällt mir nicht so ich glaube hier reichen jalousien sogar aus ja jalousien reichen hier vollkommen aus ähm äh was mache ich denn so äh fenster 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 geh zu hehehe jetzt muss ich sogar schon raus um das zu schließen läuft ähm oh was haben wir hier natürlich schnelles vergibs ne jetzt kaufen und gleich noch die zweite komm dann können wir das zimmer nämlich mit der tür dann abschließen ne so hehehe jetzt noch eine lampe eine richtig stylische äh lampen deckenlampen das ist eine kinderlampe die will ich nicht die hier will ich haben die hier will ich haben und zwar äh 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 so ja läuft dekorieren wir natürlich noch so ein bisschen ein hier soll er nicht ganz vergebens sein ähm schmucke warum ist das alt warum sind die rot oh das gefällt mir kaufen wir lol ich hab nur noch 26 euro uups äh büro versetzen ach komm schon so wir brauchen einen auftrag den machen wir aber in der nächsten folge wir haben uns hier ein richtig schönes gamingzimmer eingerichtet meine freunde regale kommen noch da kommt auf jeden fall noch was hin hier kommt irgendwo noch eine blume in die tür kommt noch rein und 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 aber ich muss sagen es gefällt mir ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da lasst kommentare da und der pc ist an und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten video bis dahin bleibt entspannt genießt den tag und bye bye